Ist Reisezeit immer Arbeitszeit? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ansgar Dittmar. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Frankfurt und Referent bei der WAF. Ist Reisezeit immer Arbeitszeit? Diese Frage kriegen wir ständig gestellt, seitdem es eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Oktober 2018 gibt. Was hat das Bundesarbeitsgericht entschieden? Es hat entschieden, in einem Fall, wo ein Arbeitgeber, einen Arbeitnehmer, einen Bauingenieur mehrfach ins Ausland versendet hat zu Baustellen und der Arbeitnehmer hatte entsprechende Reisen vorzunehmen. Hier war es eine Reise nach China. Er ist Business Class über Dubai nach China geflogen und der Arbeitgeber hat ihm an den vier Tagen, die diese Reise hin und zurück jeweils gedauert hat, jeweils für den Tag acht Stunden vergütet. Und der Arbeitnehmer wollte zusätzlich 37 Stunden vergütet bekommen. Das war die Grundauseinandersetzung vor dem Bundesarbeitsgericht. Was hat das Bundesarbeitsgericht entschieden? Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, ja, in diesem Fall muss der Arbeitgeber in dem Moment, wo er einen Arbeitnehmer an einen anderen Ort versendet, also an einen anderen Ort entsendet, auch die entsprechende Vergütung zahlen, wobei hier zu achten ist, dass es an diesem Fall sich um eine Auslegung einer Tarifnorm handelt. Hier war es der Paragraf 7 des Rahmentarifvertrages des Baugewerbes. Insofern kann man diese Regelung nicht eins zu eins übernehmen für die Auseinandersetzung mit seinem Arbeitgeber über die Frage, ob Dienstreisen auch entsprechende Arbeitszeit ist. Aber man kann aus dem bundesarbeitsgerichtlichen Urteil schon den einen oder anderen Schluss ziehen. Wichtig ist zunächst, dass Sie immer unterscheiden zwischen der vergütungsrechtlichen Arbeitszeit und der gesetzlichen, also der arbeitszeitrechtlichen Arbeitszeit. Hier haben wir ja die Maximalzeiten. Ich darf nicht mehr als maximal zehn Stunden am Tag arbeiten. Das ist das Maximum. Das unterscheidet sich aber von der Vergütungspflicht. Das muss immer getrennt werden. Hinsichtlich der arbeitszeitrechtlichen Arbeitszeit, sagt das Bundesarbeitsgericht, darf ich auch über die normalen zehn Stunden hinauskommen, weil Reisezeiten insofern keine Arbeitszeit in diesem Sinne sind, weil man bei der Reisezeit deutlich entspannter unterwegs ist, als wenn man arbeiten würde. Also die Belastung ist nicht so hoch wie bei der Arbeitszeit. Etwas anderes bedeutet das, wenn ich selber am Steuer sitze, da ist die Belastung ähnlich hoch. Aber wenn ich zum Beispiel entspannt in der Bahn sitze oder entspannt im Flugzeug sitze, dann ist dies arbeitszeitrechtlich keine Arbeitszeit. Für die Vergütung heißt es, dass hier zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer klare Regelungen festgelegt werden sollen. Wenn es keine klare Regelung gibt, dann müssen wir uns der gesetzlichen Regelung bedienen. Hier wäre es § 611 BGB. Dort spricht der Gesetzgeber von den sogenannten versprochenen Diensten, die entsprechend zu vergüten sind. Und zu denen gehört nicht nur die normale Arbeitsleistung, sondern alles, was auch dazu gehört. Beispielsweise, wir kennen das aus dem Bereich Wasch- und Umkleidezeiten. Auch diese sind zu vergüten, wenn sie notwendig sind für die Arbeitsverrichtung. Also in dem Moment, wo ich als Arbeitgeber im Rahmen meines Weisungsrechts von einem Arbeitnehmer verlange, dass er an einem anderen Ort seine Tätigkeit aufnimmt. Beispielsweise aus Frankfurt nach Berlin fahren muss, dort an einer Veranstaltung teilnimmt und dann wieder zurückfährt nach Frankfurt. haben wir hier zusätzliche Zeiten, die über die normale Arbeitszeit hinausgehen können, die vergütungspflichtig werden. Ganz wichtig, die Zeit zwischen Wohnort, also die Wegezeiten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, die sind nicht fremdnützig, die sind eigennützig. Ich möchte zu meiner Arbeit. Insofern sind diese nicht zu vergüten. Aber in dem Moment, wo ich woanders hin muss, sind diese vom Arbeitgeber zu vergüten. Aber auch hier gibt es eine Entscheidung aus dem Jahr 1997 des Bundesarbeitsgerichtes, das gesagt hat, bei jemandem, der sehr gut verdient, sind zwei Stunden zusätzliche Fahrzeiten im Rahmen von einer Dienstreise noch mit dem entsprechenden Gehalt abgedeckt. Was heißt das im Ergebnis? Im Ergebnis bleibt dabei, es sind immer Einzelfallentscheidungen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind insofern dringend aufzufordern, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen, ob Reisezeiten entsprechend vergütet werden oder nicht. Ansonsten gibt es im Anschluss Streitigkeiten, die vermieden werden können. Und was können Sie als Betriebsrat tun? Sie sind im Rahmen der täglichen Arbeitszeit sowieso immer mit einzubeziehen, hinsichtlich zumindest der arbeitszeitrechtlichen Arbeitszeit. Bei Vergütungsfragen sind Sie ja nicht zu fragen, aber möglicherweise können Sie im Rahmen einer entsprechenden Betriebsvereinbarung auch hier Regelungen mit aufnehmen, die dazu führen, dass es weniger Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt bei der Frage Reisezeit ist Arbeitszeit. Und wenn Sie noch weitere Fragen zu Ihrer Betriebsratsarbeit oder auch zu arbeitsrechtlichen Fragen haben, abonnieren Sie unseren Kanal. Dort finden Sie über 1000 verschiedene Videos zu den speziellen Fällen. Hat es dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das ganz speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.